Yo, yo, Freunde, was geht ab? Äh, Turo 7, Folge 4. Mit dabei natürlich wieder Wolfhobos, Agatom. Wir joinen in 3, 2, 1, los. Nimm mich nie wieder Wolfhobos, bitte, danke. Ah, Ultrastampel. Funktioniert die Lightmap, ist jetzt die Frage. Äh, ich glaub nicht, aber... Oh mein Gott, oder? Oh mein Gott, doch, es funktioniert. Oh, let's go. Bei mir funktioniert. Bei dir auch? Na, ich weiß noch nicht, ich bin ja oben. Okay, okay, okay. Ah ja, stimmt, ja gut. Du musst mir jetzt mal kurz durchgeben, damit ich weiß, wo ich hin muss. Äh, oh, ja. Kann ich das einfach machen? Ja komm, scheiß drauf, mach einfach bitte. Ähm, ich bin bei minus 130 und 910. Ich bin ja komplett woanders minus 130. Und dann halt nach unten. 910, okay, man muss ja da lang. So, ich hab beim letzten Mal hier diese Höhle gefunden. Mit Lava, die sieht ein bisschen... Victor, das interessiert wirklich fucking niemanden. Erzähl einfach davon, was du jetzt bei deinem Unfall brauchen. Er hat sich nämlich eine Scherbe in den Fuß reingerabt. Stell doch mal dein Leben, wir sind hier grad im Turo unterwegs, Alter. Und ich soll jetzt über mein Privatleben erzählen, oder was? Wir sind hier grad am, äh, krass am zocken. Okay, vor allem Leute, die nicht wissen, was bei mir abgeht. Ich hab, ich hab nur Freundin wohnt, der jetzt seit einem halben Jahr zusammen ist. Hä? Er wollte nur kurz flexen. Ich hab übrigens so Freunde, Leute, also... Keine DMs bitte, ja. Chill, okay. Äh, ja, ich hab keine Freunde, also meddelt euch gerne. What? Ähm. Ich find' hier kein Dias. Gibt's hier diesen Bug? Nee, es gibt diesen Bug nicht, okay. Dann, 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 dann bug dem Mann irgendwie, X-Ray-Vendor, oder? Nein. Aber ich hab ein paar Kuxels. Wo man so unter die Lava gucken kann, weißt du? Wenn man so mit F5 knapp über die Lava... Mach mal kein Bug-Abusing-Info. Nein, 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 geht auch gar nicht, geht auch gar nicht. Hat er natürlich nicht gecheckt, dann musst du, also er muss das gar nicht ausprobieren. Nee, nee, wirst du, dass das nicht geht. Was ist jetzt bei dir passiert? hier, weil gestern Abend wollten wir eigentlich schon... Ja. Okay, Storytime jetzt. Kurz, muss. Ja, hau raus. Also, gestern wollten wir eigentlich Turo aufnehmen, weil wir gehen gerade quasi aktuell. Also wir sind quasi gerade aktuell. Wir sind gerade aktuell, ja. Also die Folge haben wir noch nicht hochgeladen. Doch, ich hab die hochgeladen. Ja. Ja, die ist jetzt gerade online. Bist du dumm? Lade doch einfach um 19 Uhr hoch, hä? Also ich bin noch nicht aktuell eigentlich. Aber anscheinend sind wir aktuell. Also wir sind aktuell oder ein davor. Auf jeden Fall. Ich bin noch bei Folge 2, aber okay. Auf jeden Fall es ist deswegen so, dass wir eigentlich gestern Abend aufnehmen wollten dafür. Aber der Viktor war dann gestern Abend nicht erreichbar. So ist ein guter Grund. Und zwar hat er sich einfach mal auf ganz entspannt seinen Fuß zu hauen. Ja. Ja. Auch chillig. Auch sehr entspannt. Ja, Bruder. Also ich hab halt wollte halt Müll rausbringen. Und da war Glas im Beutel. Und... Also war das nicht auf der Party? Doch, doch. Das war halt danach. Wir wollten gerade gehen und so. Ich wollte halt den Müll rausbringen mit den anderen. Und dann, ja, bin ich halt barfuß gegangen. Weil, hey, ich dachte... Ich hatte ganz gestern mit Mathilda da gerätselt. So, yo. Und die hat er das geschafft. Mathilda ist übrigens die gerade eben erwähnte Freundin. Ja, etwa. Ich war jetzt so gerätselt. So, yo. Wie kann es dir sein? Du hast eigentlich immer Schuhe an. Das muss ja eine übelst große Scherbe gewesen sein. Aber als ob du da barfuß warst. Was warst du denn? Ja, es war eine Gartenparty. Was erwartest du? Nie barfuß. Der Junge ist nie barfuß. Nee, also das ist wirklich eine fette Lüge auch einfach. Das ist keine... Also, no joke. Das ist eine Lüge einfach. Okay, Gamma funktioniert auch bei mir. Ich bin ein Typ, der jetzt beschwert hat, dass ich in Folge 2 absichtlich kein Gamma reingemacht habe. Du kleiner Bastard. Jetzt siehst du mal. Das war der völlig dumme, wirklich. Ich musste total heraus suchen. Ja, blätt ihn hier ein. Ja, ich blätt ihn hier ein. Also, ist halt ob ich es zu sagen. Absichtlich, ah. Okay, okay. Das ist richtig cool, wenn man nichts sehen kann. Okay, also nochmal, wie das passiert ist. Es ist dann auf jeden Fall, bin ich halt gegangen. Ja, mit der Tüte. Das war halt eine relativ große, so ein Löser, kalt, ne? Und während dem Gehen schwingt ja die Tüte hin und her. Also nach vorne, nach hinten. Und mein Fuß geht natürlich auch nach vorne dann, wenn ich gehe. Und dann ist es halt, äh, aufeinander getroffen. Und die Scherbe durch. Auf chill. Ja. Und dann war ich, äh, irgendwie fünf Stunden im Krankenhaus. Wegen einem kleinen fucking Schnitt. Ja, ich habe übrigens den Punkt gefunden, wo ich mich runtergebaut habe. Ich gehe da jetzt einfach runter. Ich habe übrigens noch immer keine Dears gefunden. Ich habe gesehen, dass andere schon in Folge 3 irgendwie so Dears pieces einfach haben. So ein Brustpanzer oder so. Äh, ja, wir sind, äh. Und auch schon enchantend und so. Ich glaube, wir sind ziemlich arsch im Moment. Glaubst du? Also ich weiß, ja, also von Equip irgendwie, äh, glaubst du nicht, oder? Nö, nö, ich glaube, unser Equip ist richtig gut. Ja, ich glaube auch. Oh, jo. Guck mal, irgendwann haben wir jetzt ein bisschen Food. Ich habe nochmal... Aber guck mal, wie viele Leute online sind. Ja, aber guck mal, viele von denen können halt, dürfen halt, wir dürfen jetzt halt drei Folgen aufnehmen. Ja, ja. Ganz viele von denen eigentlich. Oh mein Gott, hier ist ein Strip-Mining-Tunnel und ich glaube, das ist nicht unserer. Egal. Hast du, hast du dich mal in die Seiten reingebaut? Ja. Okay, dann ist es unserer. Okay, ist es unserer, ja, ist gut. Piu. Sind da Fackeln? Da sind Fackeln, ja. Ja, dann ist es unserer. Okay, okay, okay. Nee, ich komme immer noch nicht auf diesen Kommentar klar. Äh, äh, warum hast du da kein Licht? Man sieht ja gar nichts. Jeder Streamer weiß doch, dass, dass jeder Drecks-Streamer weiß doch, dass man da irgendwie nichts sehen kann. Vor allem Streamer. Ja. Ja, das war so. Ja, wenn man das am Handy guckt, sieht man ja gar nichts. Ja, ach was. Ja, halt zum Maul, wir sehen auch nichts, Alter. Ihr habt die ganze Folge nichts gesehen. Das ist doch das Problem, Uwe. Ja. Oh, ich höre wieder Lava. Das finde ich einfach saurwitzig, deswegen muss ich das einmal kurz teilen. Und, äh, falls immer wieder meine alten SG-Freunde, äh, Mika und... Einmal kurzes Shoutout. Soll ich seinen Namen vergessen? Ich bin dumm. Mika und Yoshi. Oh mein Gott. Kann man nur vergessen. Ich hab in deinen Kommentarten Amigento noch gesehen. Ja, das ist Yoshi. Ach so, okay. Amigento und Glimai sind Mika und Yoshi. Okay, okay, okay. Die, äh... Für den hab ich ja auch mal ein Thumblay gemacht, oder? Ja, äh, Mika ist quasi mein alter SG-Clan-Chef. Oh, das bist du. Mach doch nicht den, alter. Oh, mit Yoshi hab ich halt auch ein SG gezockt, aber der war eigentlich nie mit mir in einem Clan. Und dass ich immer mit den anderen Leuten aus dem Clan geblieft hat. Also wirklich immer. Statt. Tom, wo bist du? Ich bin da. Ich hab dich grad gesehen, den. Deinen Namen. Ja, ich bin da, hier. Ähm. Okay, cool. Wo bist du? Wir brauchen jetzt wirklich mal irgendwie die erste... Ja, ich weiß nicht, was ich grad tue irgendwie. Ich strip mein halt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das der schlauste Plan ist. Also ich baue jetzt hier erstmal meine Güte auf. Was soll man sonst tun, oder? Ich will mal irgendwie zu dir in die Nähe kommen, ja. Na komm mal. Ich tschuldige. Ich weiß aber nicht, wo du bist. Also ich sneak grad nicht, du solltest mich finden. Ähm. Ja. Du solltest mich, wie gesagt, finden. Ich sollte, ja. Wir haben jetzt auch Bücher. Das ist ja zum Beispiel gut. Da hat sich ja schon mal der Overworld-Trip gelohnt. Ich seh dich. Ah, doch, ich seh dich. Ich bin aus irgendeinem Grund nur auf 5.14. Das ist ein bisschen uncool, aber... Ich bleib mal da, man ja. Genau. Okay, wir sind hier sogar für 11. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber wir finden ja gar nichts. Müssen wir uns jetzt wirklich unser Deerstaff erfahren. Also, er fighten wir nicht. Äh, wenn wir das schaffen, ne? Oh, was mach ich hier gerade? Ich bin ja wieder, komm mit durch hier. Was war das? Warum ist das ein Skelett irgendwo? Aber es sieht man trotzdem ein bisschen, damit wir jetzt nicht mehr in die Leute in die Hose kommen. Ja, kannst du nicht kurz ins Nicken? Okay. Du siehst da irgendwo meine Hilfen. Ah ja, ich seh, ich seh deine Hilfen, ja. Ich nehm mir ein bisschen Fleisch hier raus, ne? Ja, ich brauch aber auch ein bisschen. Ich bin wieder alles gewöhnt. Ich nehm nicht alles. Äh, okay. Ja, also Plan ist jetzt eigentlich ja, wir brauchen eigentlich unbedingt Dias einfach. Aber guck mal, wir müssen ja nicht mal Full-Dias sein. Guck mal, wir müssen ja nicht mal Half-Dias sein. Aber ohne Enchanter brauchen wir gar nicht mehr zu spielen. Ja, ja. Also ohne Enchanter müssen wir halt nicht fighten, weil jedes andere immer hat Enchanter. Also das ist auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall fünf Dias mindestens. Mhm. Natürlich wären gut mehr vom Ding her. Aber mal sehen, wir sind irgendwie sehr unlucky gerade. Das ist ja wirklich krank. Also, ich mein, wir haben auch gerade keine Hülle. Die anderen finden die ja die ganze Zeit in Höhlen. Wir haben ja wirklich überhaupt keine Hülle. Und wir hatten zwar eine Schlucht, aber da war ja auch gar nichts. Naja. Das ist die Frage, ob wir irgendwie nochmal Location switchen oder ob wir, einfach weiter strippen meinen, oder? Aber Victor, weißt du, der, der geile Mille-Boss ist immer kurz vorm. Achso, ja, ja, immer weiter meinen, ne? Irgendwann sind sie da, die Dias. Ja. Niemals aufgeben. Aber für einen Typen, der sich beschwert hat, man kann jetzt in meinen Folgen was sehen. Hier. Prach. Hast du irgendwie nochmal ein bisschen Eisen und oder Sticks oder so? Ich hab Dias, ich hab sie einfach gesehen. Okay. Oh, geilo. Wie viele? Äh, ich hab keine Eisen-Spritz-Sacke mehr. Ich hab eine. Warte mal. Äh, die sind einfach meinen, meinen, meinen Straight-Gang lang. Also da. Wir können übrigens auch ne, ne Chest machen. Victor, da, da, ja, ich weiß, ob das ist, ist mal egal. Da in die Richtung. Okay, chill, Bruder. Ich wollte nur kurz sagen. Ich dachte, du willst sie abbauen. Im Boden. Ja. Nee, komm, mach, du mal. Wie viele? Okay, es sind zwei, drei, vier, fünf. Let's go. Sechs? Sechs? Sind es sechs? Wie kommst du auf sechs? Du, ich dachte, du zieht das weiter. Nö, ich hab aufgehört zu zählen. Oh, cool. Okay, wir haben jetzt schon mal Dias. Let's go. Okay, ich würd sagen, ich mach mir mal direkt ne gute alte Dias. Ja, ich dropp doch mal die Bücher. Dann, falls du noch mehr Zucker warst, mach mal kurz den Chest. Ja, ich muss kurz alle meine Steine hier mal loslegen. Und machst du denn mal den Enchanter? Also holst du dir dafür den Staff und alles? Ja, mach ich. Weil ich fahr mir jetzt einfach weiter. Ich will jetzt auch auf Straight Mine weiter in diese Richtung da. Ja. Weil wir müssen jetzt nur noch Ding holen, dann passt das ja. Hast du noch Holz mitgenommen von oben? Äh, hast du Sticks? Hast du noch Holz mitgenommen von oben? Nicht so viel. Dein Ernst? Ich hab jetzt noch sieben Logs. Okay, na gut. Warte, ich kann dich abdurchtig durch die Wecke sehen. Über uns ist, über uns ist ne Hüde. Bruder, er ist kurz beim X-Rain, was ist das denn jetzt? Äh, über uns, so da in meine Richtung. Warte, ich brauche mich hoch. Bruder, mach nicht den halt. Das ist Ding so ein Straight. Nee, kann, äh, wenn du, wenn du zurück in unser, in unser Strip-Mein-Gang irgendwie zurückgehst, dann ist dann was. Okay, da haben Leute gefeiert. Jo, drei Skelette. Lass mal ne Stichis reinschreiben. Uh, was? Was ist passiert? Das ist, Leute, da hast du mir gestorben. Oha, okay. Ah, wieder Dias. Hä? Warum auch einmal? Ja, geil, nimm mit. Auch viele. Hier war die Lava irgendwo. Okay, ich hab jetzt sechs Dias. Ich brauche Wasser. Gibt's hier Wasser? Ich höre bei mir Wasser. Das ist gut, ich brauche Wasser. Oh, ich höre auch Wasser, über mir. Ich höre auch Lava. Ah, ich höre. Ich hab ne Cave, ich hab ne Cave. Das ist gut. Äh, hier ist, äh, hier ist auch Lapis. Okay. So, ich baue einmal, äh, ich hab nochmal Dias. Dings ab. Ganz kurz, warum finden wir die ganze Zeit keine Dias? Ja, sehr geil. Jetzt haben wir, ich hab jetzt, warte, ich hab jetzt insgesamt, lass mal kurz gucken, äh, ich hab jetzt insgesamt zehn. Das ist sehr gut. Das hilft uns schon mal weiter. Hier ist auch, hier ist auch Obsidian. Ist die Frage, gehen wir auf einer, nimmt ein Schwert davon? Nee, nee, nee. Ich würde sagen, wir... Ja, Rüstung lieber erstmal, ne? Ja, beide von uns erstmal wieder Rüstung. Na, komm mal zu mir, hier ist, hier ist wirklich operativ. Ja, ich muss einmal kurz noch Obsidian abbauen. Wir haben nur noch zweieinhalb Minuten. Okay, würde ich dann sagen, machen wir, machen wir wirklich auf Chestplate oder gehen wir auf andere? Chestplate, oder? Wenn wir jetzt, also da haben wir eine Chestplate, haben wir jetzt schon mal sicher. Ich meine, die Dias sind auch richtig nah beieinander. Hier müssen noch mehr sein. Also lass uns direkt wieder joinen. Ich bin jetzt vollgegangen. Ja, ja. Ich kann auch sagen, wir machen uns beide erstmal Schuhe. Ähm. Ja, Schuhe. Soll ich jetzt den Chestplate machen? Okay, sagen wir, einer geht auf Chestplate, der andere vielleicht erstmal auf Schuhe und Helm und so? Äh, also... Okay, ich hab... Achso, ja, okay. Zwei Dias habe ich noch für den Enchanter. Äh, ich mach jetzt den Chestplate, okay? Mach das. Okay, Chestplate ist gemacht. Okay, da haben wir schon mal einen Diabies. Das ist schon mal nicht kacke. Das ist gut, ja. Gut, ich komm jetzt zu dir, mach noch den Enchanter, wir haben noch eine Minute. Ähm. Ähm. Dann geh doch mal direkt her, dann kann ich direkt in Schuhe. Und dann da in die Richtung, äh, würde ich sagen, John, wir dann gleich nochmal, also, machen wir mal kurz so, äh, Prod. Willst du mir auch direkt die Bücher nochmal rein droppen? Dann kann ich nochmal ein bisschen weitere Prodbücher holen. Ja. Äh, okay, nee, das will ich eigentlich nicht. Hast du Strings für einen Bogen oder so? Warte, ich mach mal kurz Eisenschwert. Wird ihr eben mit Eisenschwert fighten? Denke ich. Sagst du? Ja, ich sag, so, Sharpness hab ich jetzt schon mal, jetzt gucken wir, Power, Efficiency, nee. Äh, hier sind wir die letzten, hier sind nochmal zwei, du kannst auch erstmal Schuhe machen, wenn du möchtest. Mit zweit hier ist? Oh, nee, ja, ich dachte, du hattest noch ein bisschen was. Das noch ein bisschen mehr. Nee, nee, ich hab die für den Links ausgegeben. Ich hab nochmal Sharpness, das ist schon ein Sharpness. Okay. Wir sind auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter, das ist schon mal sehr gut. Ja, okay, wir haben noch ein paar Sekunden. Wollen wir das Ganze hier mal abreißen und die Cave gehen? Ja. Äh, ja, ich nehme mein ganzes Entscheidendes Zeug noch nicht rein. Dann... Bruder, er lässt einfach den in Schander liegen. Äh, du hast mir Platz momentan, glaub ich. Ja, ist gut. Mal gucken wir hier, äh, ich würd sagen, wir können hier nochmal direkt viel Eisen mitnehmen, hier ist auch nochmal Gold. Ah ja, sehr geil. Ja, das looten wir dann gleich in der nächsten Folge, würd ich sagen, ne? Ja. Zehn Sekunden haben wir noch. Ja. Dann gucken wir mal, warum läuft jetzt das Farben jetzt so gut und davor die ganze Zeit nicht? Keine Ahnung. Aber wir haben's, wir haben endlich Dias und in der nächsten Folge fahren wir noch ein bisschen weiter. Sagst du, okay, sagst du, wir nehmen heute drei Folgen auf und gehen dann einfach auf, auf, äh, Fights oder nehmen wir jetzt noch an, auch fahren noch ein bisschen weiter hoch? Und tschüss dann. Äh, das war's für heute, bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Tschüss. Okay.